Herzlich Willkommen und Willkommen zurück beim Let's Play Together Terra. Oh, das war schön. Ich sag so herzlich willkommen zurück und dann kratzt sich mein Charakter am Arsch. Das ist toll, so eine schöne Begrüßung. Herzlich. Er mag euch anscheinend besonders. Schon wieder. Okay, schön, ja. Toller Anfang. Und heute wollen wir nämlich die Himmelsblume finden und ihr werdet es nicht glauben, aber wenn Mr. Wasabi... Wir müssen erstmal eine halbe Stunde suchen. Oh, gefunden. Könnte sie nur sein. Ich weiß es nicht. Das ist so ein... Kommst du? Es ist toll, wie der so ganz penibel das rausreißt und bei einer so... Und vor allen Dingen, wie er sich freut, ne? Ist ja auch... Wir springen jetzt mal hier nicht unbedingt direkt runter, weil da verliert man auch immer so schön viel Leben. Klatsch! Nur so drei Viertel. Ja, geht ja, ne? Und irgendwie komm ich grad nicht weg. In den Baum! Ich will in den Baum! Yay! Ich bin im Baum gelandet. Ganz knufflig warm. Auf jeden Fall. Ja, wusstest du, dass Wälder eine eigene Temperatur haben so ziemlich? Das heißt, wenn du im Sommer dort reingehst, ist es nicht ganz so heiß wie drumherum und wenn du im Winter reingehst, ist es nicht ganz so kalt? Ja, ist ja logisch. Wegen den Blättern oder beziehungsweise den Nadeln. Ne? Achso, oder? Heißt, wenn dir kalt ist, solltest du einfach nur in den Wald gehen. Oder du kriegst immer einen kleinen Wald mit dir rum. Klar, ich habe immer einen Wald dabei. Also, klar, wann nicht, ne? So ein Wald, Taschenwald, ja. Ist eine Marktlücke. Stimmt. Sollten wir auf jeden Fall mal einführen. Wer hat denn einen Achter hier? Im dunklen Tappen. Äh, nicht mehr im dunklen Tappen. So rum. Ah, da ist er ja. Ah, er ist so sexy. Ich will erst zu dem hier. Jairus. Oder so. Ja. Jairus. Nein, Jairus. Ich nenn ihn jetzt Jairus. Jairus. Hallo, Leon. Mal sehen, was hier ist. Nice to meet you. Der typische, äh, hochelten Mann. Ja, mit sexy Bauchnarbe. Mhm. 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 Und dann eben dieser Mensch voll fetter Rüstung zwischen diesen leicht bekleideten Leuten. Das finde ich toll. Tja, so sieht es halt aus. Und wenn man hochelf ist, dann braucht man keine Rüstung. Dann ist man so cool, ne? Oder man wird einfach nicht angefasst, ne? Also, kann aus verschiedensten Gründen sein. Ja. Und wem angefangen? Mhm. Das besprechen wir ein anderes Mal. Für die Föderation, Trottel. Sie lachen mich auch. Er hat mich Trottel genommen. Lache ich euch an? Oder aus? Gemein, du meinst realistisch. Hä? Er ist so realistisch, er hat dich Trottel genommen. Bleibe lang. Du bist ja gemein. Nein. Realistisch. Ja. Ha. Mann, ich wollte den Last Hit. Nein. So lecht, eine Mischung aus langsam und schlecht. Du bist lecht. Ich bin lecht. Ja. Ich bin ein lechter Magier. Aber Nahkämpfer kann ich noch lechter. Lechtiger. Lechtiger. Oh mein Gott, nein, er rollt sich. Oh Gott. Oh Gott. Das hat mir so viel Damage gemacht. Ich glaub, ich sterb gleich. Juhu. Bestimmt. Ich find das so gemein, ne, dass du immer eher Level abkommst als ich. Einfach cooler. Auf jeden Fall. Ein knuffiger kleiner Hase. Du bist nur so ein Halbhasen-Ding. Also das heißt, ich bin nicht knuffig oder was? Halbhasen-Dinger sind auch knuffig. So. Wie gesagt, du bist schon knuffig, aber ich bin halt einfach tausendmal knuffiger. Das ist... Okay, das was ich durchgehen, das ist mir egal. Pudding mag eh jeder lieber als Wasabi. Ne? Gar nicht. Doch. Was denkst du? Die Großteil der Bevölkerung der Welt lebt in Asien. Mögen sie dort mehr den Wasabi oder den Schokopudding? Wasabi, denn sie kennen keinen Schokopudding. Hä, wieso kennen sie keinen Schokopudding? Du bist ja rassistisch. Du meinst irgendwie, dass alle Leute... Du bist so voll pauschalisierend. Aber du. Sag's, andere Leute sind schwarz. Ja, hallo. Die sind ja auch überall schwarz. Ich kann doch nicht. Guck, guck. Oh man. Ja. Naja. Aber Pudding... Das sind mir die Liebsten. Ja, ja. Wir gehen zuerst dort ab. Wir gehen zuerst dort ab. Oh Gott. Mach mich nicht fertig. Ah nein, wir gehen doch durch. Jetzt hörst du bitte auf. Soll aufhören mit was? Allem. Welche Kühnheit? Zu atmen. Nein, okay. Atme bitte. Das dürfte echt witzig werden. So. Das dürfte echt witzig werden. Handschuhe erster Expedition. Na dann. Du sollst nicht aufhören zu atmen, hatte ich dir schon gesagt. Okay. Ah, leider kann ich das noch nicht benutzen. Egal. Hauptsache wir haben was Neues bekommen. Und was tragen wir denn jetzt? Irgendwie sieht das genauso aus wie vorher. Aber es bringt mir mehr. Oder? Ne, es ist gleich. Gut. Dann nehme ich lieber das Schwarze. Das passt besser zu meinen Handschuhen. Äh, oh Gott. Da bist du. Was denkst du ist schöner? Das Rote hier? Oder das Goldene? Ähm. Tja, ich finde irgendwie beides komisch, ne? Aber ich glaube das Goldene ist cooler, weil einfach aus dem Grund rot und braun, das stößt sich ein bisschen ab, die Farben. Unsere Kunstlehrerin sagt nämlich immer, das sieht dann hässlich aus. Also gerollt hässlich. Dankeschön. Nee, also. Ich hab doch nur wiedergegeben, was mir immer gesagt wird. Mit schwarz und rot will man einen hässlichen Effekt erzeugen. Aufregend. Tanli. Wer heißt denn schon Tanli? Hallo? Wer bist denn du? Pfff. Tanli. Ich bitte dich. Was? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber sie heißt Tanli. Hallo. Wer heißt denn bitte? Tanli. Die da? Ja. Ich seh dich da hinten so rumhüpfen. Ich bin so knaffig. Am Liebsten würde ich nicht selbst aufessen, so süß bin ich. Tanli. 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 Ja, okay. Turmbasis. Oh. Wir sind nicht mehr Insel der Dämmerung, Insel der Dämmerung, wir sind jetzt Insel der Dämmerung, Turmbasis. Turmbasis. ist. Hat sich schon einiges getan. Aber richtig krass. Nicht mehr im Dunkeln tappen. Bin unterwegs. Wer auch immer. Tel. Bei Tel denke ich immer so ein bisschen an Teelöffel. Ich weiß nicht. Oder Teletubby. Ja, aber Teelöffel ist irgendwie so wie TL und die haben nicht weiterschreiben können irgendwie. Ah, okay. Ist einer erschrocken oder gestorben am PC und deswegen heißt er jetzt Tel, obwohl er Teelöffel heißen sollte. Ah, okay. Ja. Und wir haben nirgends wo mehr Quests? Äh, ja, das kann passieren. Ich glaube, das passiert auf dem Level immer, wenn man in einer Gruppe spielt. Deswegen gehen wir jetzt nochmal... Deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell ein paar Viecher umhauen. Oder wie ein Bekanter von mir sagen würde, wegbursten. Ja. Wir börsten sie aber nicht wirklich. Ich bin jetzt nicht... Was ist denn das? Oh, ich gehe nochmal erst ans... Gott, du verwirrst mich. Ich hab dich gesehen. Ich bin schon an dir vorbeigerannt, ne? Hast du gemerkt? Man sieht sich mal wieder. Man sieht sich mal wieder. Ja, bestimmt. So, das verkaufe ich. Die Bomben benutze ich auch nie, deswegen verkaufe ich die auch mal. Richtig. So. Und da haben wir schon 7 Uhr. Was ist denn das bitte? Okay. Äh, 37 Silber und 28 Kupfer. Oder wie auch immer. Jetzt schaue ich nochmal schnell, ob es eine neue Fähigkeit für mich gibt. Hau nicht schon was! Hör auf! Doch. Dann hast du wieder mehr AP als ich. Ich kenne jetzt ganz lustig mit ihm im Kreis. Feuerball. Aua! Und Schmerzensfalle. Dün, dün, dün. Ich komme gleich, ich komme gleich bei mir. Das klingt knoffig aus, wenn ich so rumlaufe mit meiner riesigen Lanze. Wie, das klingt mit meiner riesigen Lanze. Was denn? Du wirst dir das mal angucken. Au! Ich sehe nur deine Lebenserzeige und du bist auch gerade schwarz. Insel der Dämmerung, Insel der Dämmerung. Ja, schön. So. Wow. Jetzt muss ich, ich bloß, äh, will meine Fähigkeiten. Du kannst hier ein bisschen hauen, ne? Ich tue dabei noch meine Fähigkeiten. Ja, ja. Ich tue mich auch. Feuerball. Feuerball. Ah, das haben wir schon. Ich glaube, das aktualisiert sich von alleine. Und Schmerzensfalle. Mal schauen, was wir damit so Tolles anrichten können. Äh, meine Fähigkeiten aus Schmerzen machen oder sowas, denke ich. Ne, meinst du? Doch, hätte ich jetzt gedacht. Du verwirrst mich mit deinem Hin- und Hergerenne. So, yay. Oh Gott. Ich habe eine Biene so in meinem Screen. Oh, das ist, wow. Ich habe eine Biene von hinten angeguckt. Das ist schön. Du weißt, dass wir noch ein bisschen hauen müssen, weil ich noch nicht Dings bin? Gut. Ja, das kannst du doch alleine machen. Okay. Wie du meinst. Ah, ich habe Angst, es rollt! Oh Gott. Minus 276. Ah, stirb! Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Uh! Freundeslistenhelferin. Dafür gibt es ernsthaft eine Helferin? Ja, du, manche Leute, die haben keine Freunde und die wissen nicht, wie das geht, ne? Die sind halt nicht auf Facebook oder so. Kombo-Attack- und Schildschlag. Boom! Also, ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass alle Menschen, die nicht auf Facebook sind, keine Freunde haben. Ich wollte damit nur sagen, dass es anscheinend Menschen gibt, die so wenig Freunde haben, dass sie nicht wissen, wie irgendwas funktioniert, was mit Freunden zu tun hat. Das war jetzt ziemlich kompliziert, aber so habe ich es gemeint. Und ich weiße, es ist wirklich halt so, wow, strong. Hey, du bist Level 7. Hey, ja, du hast recht. Oh, jetzt habe ich eine viel coolere Obst, jetzt habe ich eine viel Jut. Hä? Ich wollte den Hale-Trank benutzen, das war geplant. Das war geplant, okay. Natürlich. Ähm, nee, jetzt habe ich eine viel coolere Rüstung als Feuer. Stimmt, ich könnte auch eigentlich mal gucken, was hier so neu ist. Eins. Das ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Und das ist neu. Du bist bei mir gerade ein Schwarzer. Punkt. Guck! Du war gemein, das. Ja. Und das ist, oh, meinst du auch, ups, das wollte ich gar nicht, aber war zur Demonstration meiner Kräfte. Und, oh, schön, du siehst so ein bisschen aus, so wie so Ritter, ne? Ritter, Held, Hase. Held, Hase. Jetzt, tu nicht so weg, Dingsen. Hm, man kann ganz schön weit rauszoomen. Das ist so weit, das. Huch! Ja, du hast recht, ich habe es auch gerade festgestellt. Besonders, dann wirkt man noch kleiner. Ja. Das ist ein ganz kleiner Punkt, der da so rumspringt. Aber ich finde das immer ganz gut, wenn man sich seine eigene Perspektive wählen kann. So. Aus Person Perspektive. Naja. Das vielleicht nicht unbedingt. Huch! So angetackelt. Ne, ich bin gerade gegen so ein Ding gelaufen. Schon schlimm, wenn einfach mal so Dinge aus dem Boden rausgeschossen kommen. Ja, manchmal kann man die Sache nicht einschätzen, ne? Das ist ganz komisch. Und ob du da wirklich dagegen rennen willst oder nicht. Genau. Manchmal musst du ja gegen Sachen dagegen rennen, ne? Das hatte ich noch nie, aber ja. Ja, du, wenn eine Tür im Weg steht, dann kannst du dir sicher sein, dass du dagegen rennen sollst. Und wenn du jetzt öffnen, wäre da die zu einfache Variante. Ah, ach so. Für die Föderation. Deswegen hast du manchmal blaue Augen und alles. Jetzt verstehe ich das eigentlich nicht. Klar. Ne, das kommt ja immer von meinen harten Streetfights, weil ich bin nämlich eigentlich voll die Prügelbraut. 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 Braut mit P. Ja. Genau. Ich mach den ganzen Tag nix anderes als arme Unschuldige. Oh Gott, ich bin dann gegen einen Fiegelrand. Streetfighter und Tekken tust du immer die Fiegel aufnehmen und sowas. Ja. Jaja, ich mach das Spiel, das ist immer real life. Weißt du? Wie dann? Chione. Chione. Ich hab mir ja sagen lassen, dass das CH immer mit K gesprochen wird, ne? Welche Dringlichkeit. Chione. Chione. Es ist eine Freude zu helfen. Chione. Chione. Deswegen heißt es nämlich eigentlich auch Chemie und China und... Hey. Hallo. Hallo. Ah, da bist du. Das ist oben rechts so ein Kompass, das ist dir schon mal aufgefallen? Ne, den hab ich noch nie gesehen. Ja, jetzt weißt du's. Gut, dass du's sagst. Warm, leichte Beute. Leichte Beute, ja. Oh, what the fuck. Huch, der war so nah dran, Mensch. Der wollte kuscheln. Guck ihn dir an. Ist ja nicht süß. Ist voll der Knuddelbär, ja. Wächter der Orkana. Boom. Ihr könnt übrigens auch bei der Beschreibung von der Fähigkeit jeweils, also wenn ihr da mal drüber geht, auch sehen wie weit die Range ist. Mach's nicht kaputt. Äh, wie weit die Range ist, in der ihr sozusagen zielen müsst, dürft, könnt, wollt, wie auch immer. So ist das. Kann ich eigentlich mal da rausnehmen. Das ist sowieso eine Kombottähigkeit. Ist schon wieder ein Tankanal? Ja. Ich find das toll, wie langsam meine Angriffe rauskommen und wenn ich gar nicht mehr angreifen will, er immer noch einmal zustößt. Das soll so sein. Du willst das eigentlich. Du weißt es nur nicht. Ah, okay. Ja. Das ist doch ganz logisch. Ich will jetzt mal das mit der Falle probieren. Oh, okay. Ja, gut. Das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Aber... So und, äh, oh my god. Das ist dann das letzte Vieh für heute. Die geben wir noch eben ab, denke ich. Ja, können wir machen. Dann nehmen wir die Vorratskiste nochmal. Und dann ist das aber auch schon wieder Zeit, die Folge zu wenden. Time to say goodbye. Okay. Hat mich jetzt zu Tränen gerührt. Ich weiß. Ich kann das doch gut. Die Föderation. Deswegen ist eine meiner Stärken. Es ist eine Freude zu helfen. Stärkenstärkste sogar. Seid schön grüß. Stärkste Stärke. Gott, jetzt muss ich ja noch so viel annehmen. Ich mach nicht gleich. So, okay. Jetzt hab auch ich es geschafft. Und du tanzst hier schon wieder zu sexy. Ich will das jetzt auch mal machen. Tanzen. Ich will. Und, oh, schön. Da tanzen zwei Häschen zusammen. Und das soll auch der Abschluss von unserer dritten Folge sein. Vielen Dank mal wieder fürs Vorbeischauen und Zuschauen. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.